liebe fans leon schmidt soll ich noch einen video videos machen von zwölf jahre alt altherr soll ich machen von filmen videos von filmen euch zeigen kann ja da oben von mir ist wichtig von diesen filmen von zwölf jährigen leuten altherr ist nichts schlimmes oder ok oder ja hinschreiben kommentare